Welche Farbe entsteht dabei, wenn man die Farben unseres Chamäleons mischt? Diese Frage habe ich mir heute gestellt und habe ich es direkt ausprobiert. Gelb, Blau und Rot, das sind die Farben des Chamäleons. Was meint ihr, welche Farbe würde dabei entstehen? Anfangs habe ich gedacht, dass die Farbe Grau entsteht. Ich will nicht zu viel verraten, schaut mal selbst. Außerdem merke ich, dass ihr das feiert, wenn ich Farben mische, deswegen kommen mehrere Videos davon. So inzwischen ist die Farbe erkennbar, um welche Farbe es sich handelt. Und zwar handelt es sich um die Farbe RAL 6027.